hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast ja heute motorsport premium deluxe map ja link ist auf jeden fall unten in der video beschreibung aber ich würde sagen wir gucken uns das gute stück doch mal an wo befindet sich das ganze noch mal ganz kurz zeigen das befindet sich hier ja hier haben wir auf jeden fall plätze für die premium fahrzeuge würde ich sagen hier hinten haben wir noch eine garage und ein büro sieht schon ziemlich nice aus und hier haben wir natürlich auch noch ein garagentor was sich öffnet genau gut ich würde sagen wir kommen zu installation so wenn wir das ganze dann heruntergeladen haben dann haben wir diesen schöne zip datei die müssen wir einmal so entpacken dann haben wir diesen ordner und hier kopieren wir uns aber den ordnernamen raus jetzt gehen wir noch verzählereien und gehen aber zurück so dann gehen wir in die server cfg in meinem fall gehe ich hier rein und wir sagen dann einfach hier start leerzeichen und dann den kopierten ordnernamen rein einfügen und dann gehen wir hier nochmal auf speichern und übernehmen das ganze jetzt gehen wir in den resource ordner und ziehen einfach diesen ordner in den resource ordner jetzt noch server neu starten und ihr habt die map erfolgreich installiert gut leute das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein falls euch das video so mit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut da rein und ciao ciao wir sehen uns in der nächsten